Willkommen zu MCPE. Ihr seht, keine Redstone Mechanics, eine super flache Welt und ich bin im Survival. Ja Leute, ich weiß nicht, ob es euch gefallen wird. Ich mache eine super Flat Map und ich werde versuchen, mit Hilfe von Dorfbewohnern ein Dorf aufzubauen. Ihr hört schon, Bienenstock. Ja, ich sollte die Bienen nicht attackieren, habe ich dahin gebaut, damit wir hier unendlich Essen haben. Und ihr seht, es sind noch keine Tiere oder so gespawnt. Ich habe das abgeschaltet, weil, als ich das letzte Mal das Video gestartet habe, waren dann plötzlich überall Schleims und haben mich verfolgt. Ja. Ich glaube aber, ich sollte das jetzt gleich mal aktivieren und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, da bin ich wieder. Da hinten sind schon die ersten Tiere gespawnt. Oh, und direkt vor mir auch ein Gefährder. Und, äh, die sammeln hier schon fleißig Honig. Der Bienenstock ist schon voll. Ähm, ja. Und da ist der erste Schleim. Genau da. Sogar zwei. Wuhu. Die sehen mich nicht. Okay, gut. Ähm. Und da sind noch mehr. Siehst du? Und die sind direkt hier am Zaun. Ha. Also, äh, wie gesagt, es geht bei dem Projekt darum, äh, ein Dorf zu bauen. Und ich habe halt nur zwei Dorfbewohner. Wenn einer von den beiden stirbt, ist das Projekt vorbei und ich habe verloren. Ja. Und deshalb werde ich die erst etwas später setzen, wenn alles gut ausgeleuchtet ist und ich Häuser habe oder weiteres. Aua. So, entfernen wir den noch hier. So, und so. Was willst du denn? Bam. So, wieder zu. Und dann haben wir schon ein bisschen Schleim. So, dann machen wir das mal dahin. Und, äh, ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit einem Cobblestone-Generator. Einfach mal hier hin. So. 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 Mist. So, Leute. Da bin ich wieder, ähm. Ja, ich habe gerade wirklich ein Bruchstein-Generator verkackt. Ähm. Ich habe den jetzt hingekriegt. Ich habe auch schon mit Bruchsteinen ein bisschen gesammelt. Und, äh, ja. Es regnet. Schleim habe ich auch platt gemacht. Oh, Mist. Ernsthaft? Wo muss da jetzt ein großer Schleim sein? Warum ist jetzt plötzlich überall Schleim? Ah. Gnade. 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 Uff, schon fast ein Stack an Schleimwellen. Ja, okay, okay, warum nicht? So, ein Baum, etwas Knorrmehl, wächst er nicht, warum, wächst er doch, ah, ja, okay, ich habe kein Holzfellbett, ich muss wohl die erste Nacht hier leben. Ich habe auch keinen Hunger irgendwie, aber, okay, ist das ein Dorfbewohner? Nein, doch nicht, doch nicht, ich dachte nur, ah, der ist jetzt nicht. Ich habe kein Bett, kein Holz. Ich muss den Baum eigentlich nicht abbauen, aber muss sein. Ich muss auch nur noch abbauen. So, orangenes Bett und schlafen. Oh, die Sonne ist endlich wieder da. Ja, ist tatsächlich kein Zombie. Äh, kein Dorfbewohner. Kann ich mir ein bisschen Rüstung klauen bei dem. Und da ist eine Spinne drin. Ja, ich muss damit wegsuchen. Ja, ich muss das jetzt und dass du dauerkommst so machen. Was soll das jetzt? Passt du? Ja! Was soll das jetzt? Ja, ich muss das jetzt. Ja, ich muss das. Ja, ich muss das jetzt. Ja, ich muss das. Ja, ich muss das jetzt nicht mehr länger. Ja, ich muss das jetzt. Das war's. Und noch mehr Schleim, und noch mehr Schleim, und noch mehr Schleim, und noch mehr Schleim. So. Zwei Fäden. Ganz, ganz okay. Oh, also, ist cool. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Machen wir mal alles hier rein. Irgendwie noch total ungerundet. Eine Locator-Karte. Mach ich noch nicht jetzt. Ähm, ja. Der Baum wechseln mich, wir haben keine Zeit mehr. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.